Assalamu alaikum wa rahmatullah und herzlich willkommen kleiner Muslim. Heute erzähle ich dir die Geschichte vom Propheten Yunus. Die Deutschen nennen ihn Jonah oder Jonas. Yunus hat immer nur Allah angebetet. Er hat viel an Allah gedacht und Zikr gemacht. Man sagt, dass auch Yunus wie die anderen Propheten sein Volk vor der gewaltigen Strafe Allahs gewarnt hat. Sie sollen an Allah und seine Propheten glauben. Sie sollen nur Allah anbeten und fest daran glauben, dass Allah sie nach dem Tod wieder auferstehen lassen wird. Er hat sie zu Allah aufgerufen, aber sie wollten ihm nicht glauben, so wie auch schon viele Völker vor ihnen nicht an die Wahrheit glauben wollten. Als dieser Zustand eine Zeit lang so weiterging und sie Yunus einfach nicht glauben wollten, egal wie oft er sie an Allah erinnert, wurde Yunus wütend und hat entschieden, dass er dieses Volk verlassen wird. Und so ist er fortgegangen, obwohl Allah ihm das nicht erlaubt hatte. Und so hat Yunus einen Fehler gemacht. Aber nachdem Yunus sie gewarnt hat, hat Allah Reue in ihre Herzen gelegt. Sie haben Angst bekommen, dass eine große Strafe sie treffen würde. Sie haben angefangen zu bereuen, dass sie so ein böses Volk waren. Sie haben bereut, dass sie Yunus nicht geglaubt haben und haben bereut, wie sie ihn behandelt haben. Und so haben sie sich beeilt und sind zu Allahs Weg umgekehrt. Sie haben zu Allah gebetet. Sie haben geschrien und Allah angefläht, dass er sie nicht bestrafen und dass er ihnen ihre bösen Taten verzeihen möge. Die Männer haben geweint, die Frauen haben geweint, die Jungen haben geweint, die Mädchen haben geweint, die Mütter haben geweint. Alle waren verzweifelt und haben gebettelt und gefläht, dass Allah ihnen verzeiht und sie nicht bestraft. Man sagt, dass das 40 Nächte lang so ging. Eine gewaltige Zeit war das. Die Strafe war kurz davor gewesen, über das ganze Volk einzubrechen. Sie schwebte wie eine gewaltige Wolke über ihren Köpfen und hätte sie fast alle getroffen. Aber nachdem sie bereut haben, hat Allah diese große Strafe von ihnen ferngehalten. Und so waren sie das einzige Volk, das an Allah geglaubt und dessen Strafe er weggenommen hat, nachdem die Strafe das Volk schon von allen Seiten umgeben hatte. Wenn doch irgendeine Stadt geglaubt hätte, sodass ihr Glaube ihr genützt hätte. Keine Tat ist, außer dem Volk von Junus. Als diese glaubten, hoben wir die schändliche Strafe im diesseitigen Leben von ihnen auf. Junus hat auf seinem Weg dann einige Leute getroffen, mit denen er auf einem Schiff davonfahren wollte. Aber das Schiff war auf dem Meer zu schwer und die Leute auf dem Schiff hatten Angst, dass sie untergehen würden. Sie waren kurz davor, alle zu ertrinken. Und so haben sie sich besprochen und entschieden, dass sie Lose ziehen würden. Wer das gekennzeichnete Los ziehen würde, muss vom Schiff runter ins Meer geworfen werden, damit es leichter wird und die anderen nicht untergehen. Und durch das Schicksal von Allah, weil Allah es so wollte, war es Junus, der das losgezogen hat. Und es war Junus, den sie über Bord ins Meer geworfen haben. Man sagt, dass sie den Propheten Junus erst nicht ins Meer werfen wollten und dass sie deswegen dreimal hintereinander Lose gezogen haben. Aber es war immer wieder Junus, der das gekennzeichnete Los gezogen hat. Allah entscheidet, was er will. Als Junus nun im Meer war, hat Allah einen gewaltigen, riesigen Fisch zu ihm geschickt, der ihn verschlungen hat, nachdem Junus seinen Fehler begangen hatte. Man sagt, dass es ein Wal war. Aber Allah hat dem Wal befohlen, Junus' Körper nicht zu zerstören. Manche erzählen, dass er mehrere Tage in dem Wal verbracht hat und dort, in dem Bauch des Wals, Allah angebetet hat. Dort, wo es niemand jemals getan hat. Und während Junus in diesem riesigen Meer, in diesem großen Wal, in dieser finsteren Dunkelheit vollkommen allein war, wusste er, dass niemand ihm seinen Fehler vergeben kann außer Allah und dass niemand ihn retten kann außer Allah. Und so hat er verzweifelt gerufen, Es gibt keinen Gott außer dir. Preis sei dir. Ich gehörte sicher zu den Ungerechten. Junus hat seinen Fehler bereut. Und dort, wo er war, hat Allah ihn gehört. Der, der alles hört, egal wie weit es entfernt ist und egal wie leise es ist, hat das Gebet von Junus im Bauch des Wals gehört. Und wenn Junus nicht zu denen gehört hätte, die den Tasbih sprechen, Subhanallah, Subhanallah, so hätte Allah ihn in den Bauch des Wals gelassen, bis zu dem Tag, an dem alle Menschen aus ihren Gräbern wieder auferstehen. Aber Allah hat sein Gebet erhört und hat ihn gerettet. Er hat dem Wal befohlen, Junus wieder an Land zu bringen. Und so hat der Wal den kranken und schwachen Junus ans Land gespuckt, wo Allah für ihn einen Baum wachsen ließ, sodass er sich dort erholen konnte. Und so rettet Allah diejenigen, die an ihn glauben. Diejenigen, die an Allah glauben und die wie Junus zu Allah beten, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zhalimin, so wird Allah ihr Gebet erhören. Manche erzählen auch, dass die Engel, als sie das Gebet von Junus gehört haben, zu Allah gesagt haben, Ja Allah, da ist eine schwache Stimme, die wir kennen, an einem merkwürdigen Ort. Allah sagte, Kennt ihr ihn nicht? Sie sagten, wer ist das? Allah sagte, es ist Junus. Und sie antworteten, Dein Diener Junus, dessen gute Taten stets emporgehoben und angenommen und dessen Gebete erhört wurden? Unser Herr, wirst du ihn nicht erbarmen wegen dessen, was er in seiner guten Zeit getan hat und ihn von seiner schwierigen Lage befreien? Und Allah, der Barmherzige, sagte, Doch! Und so hat er dem Wal befohlen, ihn ans Land zu bringen. Allah hat Junus dann zu seinem Volk geschickt. Einhunderttausend Menschen waren sie, oder noch mehr, die nun allesamt an ihn geglaubt haben und denen Allah daraufhin ein gutes Leben auf der Erde ermöglicht hat. Kleiner Muslim, das war die Geschichte des Propheten Junus. Allah hat im Koran erwähnt, dass Junus wütend davongegangen ist. Manche haben gesagt, dass er sein Volk wütend verlassen hat, weil sie ihm nicht glauben wollten. Manche erzählen aber auch etwas anderes. Sie sagen, dass Junus zu seinem Volk gesagt hat, dass in drei Tagen eine große Strafe sie treffen wird. Als er dann gesehen hat, dass die Strafe sein Volk doch nicht getroffen hat, obwohl er sie ihnen angekündigt hat, ist Junus deswegen wütend fortgegangen. Er hat befürchtet, dass sein Volk jetzt denkt, er sei ein Lügner und dass sie deswegen versuchen würden, ihn zu töten. Und manche erzählen noch etwas anderes. Sie sagen, dass als der Engel Jibril dem Propheten Junus befohlen hatte, sein Volk zu warnen, dass Junus dann gefragt hat, ob er denn vorher noch Zeit hätte, sich vorzubereiten. Er möchte sich noch ein Reittier dafür holen, aber zu ihm wurde gesagt, die Sache ist eiliger als das. Also dafür gibt es keine Zeit. Du musst sie schnell warnen, weil sie sonst bestraft werden. Und als er gefragt hat, ob er sich denn vorher wenigstens Schuhe holen könnte, wurde zu ihm gesagt, die Sache ist eiliger als das. Sie sagen, dass Junus deswegen wütend wurde, weil er so schnell sein Volk vor der Strafe warnen sollte, ohne dass er sich vorbereiten durfte. Und so ist er fortgegangen, bevor er überhaupt bei ihnen war, um sie zu warnen. Er ist dann also erst zu ihnen gegangen, nachdem er im Bauch des Wals war und seinen Fehler bereut hat. Kleiner Muslim, aber Junus gehörte auch zu den Gesandten Allahs und war damit, trotz seines Fehlers, einer der besten Menschen, die auf der Erde gelebt haben. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat verboten, dass jemand behauptet, dass er besser sei als Junus. Denn als Junus gemerkt hat, dass er einen Fehler gemacht hat, hat er seinen Fehler bereut. Er hat Allah gerufen und zugegeben, dass er zu den Ungerechten gehört hat. Und Allah hat sein Gebet erhört und ihn gerettet. Allah hat ihn auserwählt und ihn geehrt, indem er ihn als Propheten zu seinem Volk gesandt hat. Kleiner Muslim, wenn du in den nächsten Malen auch wieder dabei bist, werde ich in Scha'Allah anfangen, dir die Geschichte von einem Propheten zu erzählen, den Allah sehr, sehr oft im Koran erwähnt. Bis dahin, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Untertitelung des ZDF,